Schauen Sie sich diesen Peugeot einmal genau an. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einer Automatik. In diesem Auto finden Sie verschiedene nützliche und angenehme Extras, wie beispielsweise eine Audioanlage, eine Geschwindigkeitsregelanlage und eine Klimaanlage. Als besondere Sicherheitsausrüstung in diesem Peugeot finden wir ESP, Traktionskontrolle und verschiedene Airbag-Systeme. Neugierig? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017